einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zum letzten nfp live trading webinar in diesem jahr ich freue mich sehr dass sie heute live dabei sind und natürlich freue ich mich auch dass der kia wieder mit uns diese veranstaltung macht mein name ist lenzen kardosi neto ich begrüße im namen von fx flat ja ich bin sehr gespannt was heute passiert und bevor wir aber tatsächlich starten wie immer schauen wir uns den risikohinweis an denn auch dieses webinar dient nur zu schulungs und informationszwecken unabhängig vom inhalt müssen sie ihre eigenen entscheidung treffen also unabhängig davon ob der dirk vielleicht heute den ein oder anderen trade macht und diese veranstaltung bitte nicht als handelsempfehlung oder anlageberatung verstehen das ist ganz wichtig gut kommen immer noch leute rein wir haben wir noch nicht angefangen und nichtsdestotrotz müssen wir loslegen denn so viel zeit bis zu den wirtschaftsdaten ist nicht mehr von daher hier hast du den bildschirm dirk wünsche viel erfolg und viel spaß aber ich lasse dich natürlich nicht allein so dann sage ich auch von meiner seite ja hallo und herzlich willkommen zum nfp live trading webinar und live stream das ganze präsentiert von fx flat wie wir das jetzt schon irgendwie seit sechs oder sieben jahren machen auch dieses mal wieder ich hoffe bild und ton passt überall wenn ich bitte irgendwie kurzes feedback wenn irgendwas zu laut zu leise ich glaube das ist ein bisschen leise ich gebe hier mal ein bisschen gas wenn irgendwie nicht passen sollte auf jeden fall schreibt es gerne hier rein so wie immer machen wir das mit dem nelson zusammen der mir auch hier dazwischen immer gerne über den mund fahren und rein grätschen darf wenn immer er das möchte und er darf an der stelle jetzt auch sein hallo in youtube abgeben ja ich schwenke mal in die runde auch wenn man das nicht sieht aber schön dass ihr auch da seid und ich bin erstaunt dass du kein hemd an hast aber zumindest nicht doch ja ich sehe es aber nicht so wie gewohnt haben wir es ein bisschen kalt oder was ja das muss muss ich irgendwie so ein bisschen an winter anpassen gut so wir haben ja nicht so viel waren nur so wahnsinnig viel zeit bevor das ganze losgeht deswegen fassen wir uns da halt oder was ich mich da ein bisschen kürzer auch zumindest mal jetzt was den beginn angeht stand da gerade schon risiko hinweise ich möchte das aber immer wieder betonen ich weiß das nervt auch manchmal so ein bisschen aber ich muss es sagen das ist keine empfehlung ja ich weiß halt irgendwie so irgendwie oft geht es ja auf und das ist ja auch sinn und zweck der ganzen übung aber halt eben nicht immer und von daher bitte unbedingt selber entscheiden und nicht irgendwie als aufforderung von meiner seite verstehen nach dem motto hier machst du jetzt das und da machst du jenes und da verdienst du geld und so funktioniert es halt nicht so was der scheitel welcher scheitel ist ich habe kein scheitel das sind meine resthaare die ich da halt immer versuche irgendwo zu sortieren von dem was noch irgendwie übrig ist von daher ich hoffe euch geht es gut ich hoffe euch geht es gut ich bin so ein bisschen man hat es ja mitbekommen im im update irrsinn so ein bisschen verfangen und deswegen komme ich auch nicht so wirklich nach was die live streams angeht ich wollte eigentlich gestern auch noch live ging gestern nacht ebenzu quasi als so eine kleine vorbesprechung eben für heute habe ich nicht mehr hingekriegt dafür ist aber jetzt dann eben auch seit eben seit einer stunde feiner die dann auch mal die version raus zumindest mal für den meter trader fünf und die richtet sich vor allen dingen an die live chart user so das heißt ihr dürft schon mal irgendwie gerne gucken ob das funktioniert und wenn was nicht funktioniert euch dann natürlich zurückmelden offiziell angekündigt ist es noch nicht also wobei das hier ist jetzt schon quasi offiziell also ich bin immer so ein freund davon auch wenn ich irgendwie selber software updates von anderer stelle mache dass ich immer erst mal so lass die anderen mal probieren was die halt an fehlern finden und dann installiere ich und das von daher kann ich das verstehen wenn man das hier ganz genauso macht also aber zu dem markt nfp nonfarm payrolls wer hier zum ersten mal dabei ist kann ihr vielleicht auch mal kurz was rein schreiben mal kurz ein x hier in den chat oder halt eben bei youtube oder egal welchen chat damit ich halt mal sehe so wäre es jetzt irgendwie zum ersten mal da und damit ich mich so ein bisschen darauf einstellen kann da muss ich nicht so weit ausholen weil mein ansatz ist immer der was interessieren mich die zahlen als selbst mich interessiert nur wie viel bewegung das ausmacht steffen schnier ich dafür keine namen sagen aber auf jeden fall kein spaß also wer zum ersten mal dabei ist schreibt das jetzt hier irgendwie okay also das heißt ich bespreche nicht irgendwie die zahlen und halt hoch trabend die auswirkungen die das theoretischerweise haben könnte weil ich immer der meinung bin das hat im daytrading nichts verloren im daytrading geht es rauf oder runter und wenn eben news kommen wird das buch dünn und das wird dann hat immer wieder genutzt um den markt recht zügig von a nach b zu schleudern und von daher sollte man sich da nicht wundern wenn ich da halt irgendwie so gar nicht drauf eingeben mir keine gedanken mache sondern halt eben dann halt nur irgendwie versuche herauszufinden was da gerade passiert ich finde hat generell den ganzen markt und das geht euch bestimmt nicht anders beziehungsweise vielen nicht anders dass der markt momentan echt so ein bisschen anstrengend es gibt da so ein böses wort dafür dass das klingt zwar sexistisch ist aber so eigentlich nicht gemeint ist auch nicht von mir erfunden das nennt sich hausfrauen trading und das haben wir momentan halt das heißt irgendwie so irgendjemand hat mitbekommen ach das steigt ja da kaufe ich doch auch mal ja dann kaufe ich doch auch mal und dann steigt es weiter das heißt so läuft das jetzt irgendwie seit drei wochen egal an welchem tag man gekauft hat man ist im plus ja und außer vielleicht heute oder gestern wo es so ein bisschen auf der stelle dreht aber das ist halt irgendwie auch ich meine so was hat man immer wieder mal und so eine rallye wie wir sie da hat irgendwie auch gerade sehen dass jetzt bin ich kurz aus dem konzept also das haben wir immer wieder mal so eine so eine rallye aber die ist natürlich intraday also im day trading wahnsinnig schwer zu greifen weil das ist ja genau das was wir eben nicht machen wir gehen ja nicht einfach long weil steigt und dann steigen wir irgendwann wieder aus weil wir fertig sind so funktioniert day trading ja nicht wirklich noch ich meine day trading ist ja im wesentlichen immer man versucht irgendwie so ein paar punkte konstant hat irgendwie rauszuschneiden aus dem markt und das spielt keine rolle ob man dann irgendwie die tagesbewegung drin hat oder nicht sondern man rechnet ja mit allem aber womit man hat eben nicht unbedingt rechnet ist irgendwie hat drei wochen oder vier wochen ich weiß gar nicht wieviel es jetzt schon sind long in folge ohne dass man sich auch nur irgendwo über irgendwas gedanken machen muss weil wir halt eben gewohnt sind uns ja auch darauf einzustellen dass der markt in beide richtungen ausschlägt ist das natürlich so ein bisschen schwierig dass ich da so im kopf also geht es mir halt zumindest frei zu machen dass nach dem motto ja steigt ja eh gehst du halt long bist du wieder fertig das ist anstrengend aber das wird sich auch wieder ändern das habe ich auch schon ein paar mal gesagt weil ich bin jetzt war auch nicht ein freund vom geeiere markt also irgendwie so nicht von der stelle treten aber halt schon so ein bisschen mehr wohler das brauchen wir halt irgendwie dann halt schon und die haben wir momentan hat nichts okay also ich gucke hier gerade die kommentare parallel durch also es gibt halt schon den ein oder anderen der jetzt neu dabei ist freut mich natürlich und begrüße ich an der stelle natürlich dann auch noch mal explizit wenn ihr fragen habt einfach rein so ich gehe da mal auf den markt ich habe meine gesangsübung nicht gemacht ich merke schon wieder ist es ist schon wieder irgendwie am kratzen okay ich gehe mal rüber also hier bild h1 beiden merken jetzt erst mal ich finde die könnten unterschiedliche auch nicht laufen dax und dau der dax drückt irgendwie nur nach oben jetzt war auch in so einer ganz komischen bewegung die da irgendwie gerade machen der dau läuft nur im kreis das also von daher vom vom h1 bild sehe ich ja momentan wirklich nichts rein gar nichts ja ich habe ja auch gestern irgendwie gesagt so diese range sollte man im auge behalten typisch ist eigentlich bei so einer range fehlausbruch nach oben fehlausbruch nach unten dann kommt die eigentliche entscheidung und das hat er auch gemacht ich hätte allerdings gerne gehabt dass der dau auch meine taschenlampe ist das ist die macht mich noch irre dass der dau hier mal zumindest das heißt ich kann jetzt hier nur mit dem mauszeiger hantieren dass der dau zumindest mal hier kurz runter kommt also hier drunter habe ich gesagt dass der trigger wenn wir da drunter fallen dann sollten wir irgendwie zumindest mal unten die blaue zone und dann hat wieder zurück in die range so erst war da runter hat ein bisschen rum gestänkert dann war es das aber wieder eine stimme wieder in der range ob das jetzt reicht als fehlausbruch das ist halt echt so die frage und vom daily ausgehend den ich ja hier auch mal mal eben zeigen kann ergibt sich hat so nix also da sehen wir halt hier einen kleinen bike nach oben an meine rote 239 36 239 wo ich eigentlich davon ausgegangen bin okay das ist sollte irgendwie ausreichen um dann zumindest mal unter der 36 037 zu schließen und von dort können wir dann eben auch mal eine runde runter spiken hat er nicht gemacht sondern steht hier tatsächlich immer noch in dieser abwärts bewegung von vorgestern wahnsinnig nervig finde ich aber okay das heißt ja nicht dass wir nicht trotzdem in der lage sind da hat irgendwas raus zu schneiden und der dax eben halt parallel drückt nur nach oben also der hat halt hier da habe ich dazu geschrieben noch irgendwie eine denkbare bewegung dass hier jemand runter kommt da ist auch erst mal abgeprallt hier an der 16 659 der dax und aber dann halt eben auch nur wieder schon wieder nur so ein paar punkte deswegen wahnsinnig anstrengend ich wäre fast irgendwie ein fan davon zu sagen okay wir gehen hier einfach noch mal da oben weil momentan spricht ja irgendwie nichts dagegen auch im dauer nicht weil er sich immer wieder in der range hält und deswegen halte ich da jetzt erst mal die die richtung nach oben für wahrscheinlicher aber vielleicht werden mich die news gleich eines besseren belehren das kann natürlich passieren ich bin nämlich halt auch immer eigentlich ein fan davon ich sage okay wenn es vor den news irgendwie oben rum drückt dann ist das eigentlich er halt short wahrscheinlich weil hat eben der macht der markt vor den news oft künstlich auf hohem niveau gehalten wird und um dann halt eben nach unten zu kommen jetzt kann man natürlich dann wieder sagen okay ja er steht ja irgendwie unten aber auf der anderen seite also im daily sind wir oben im h1 sind wir irgendwie gerade unten und das heißt ja auch das macht es nicht unbedingt einfacher ich frage man die runde wer will denn long und wer short schreibt einfach mal ganz kurz rein long oder short damit wir hier vielleicht auch mal so ein bisschen sentiment sehen also so wie halt hier wie ihr eben drauf seid short 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 ja schon ganz schön gemischt das ist lustig in youtube fast alles long und bei go to webinar jetzt gleicht sich aus okay also auch irgendwie nur 50 50 tatsächlich komplett 50 50 da geht es euch nicht anders als mir ich bin ja mein freund davon irgendwie so mich recht schnell recht früh festzulegen aber wenn das bild ist nicht her gibt gibt es nicht her ich bin halt mal gespannt ich werde auch mit einer kleinen position hier nur hantieren skalieren nur bedingt das heißt also irgendwie maximal wahrscheinlich nur irgendwie zehn euro pro punkt beziehungsweise zehn dollar im dau mehr muss es dann halt irgendwie auch nicht sein und mal gucken ob da jetzt irgendwas zu reißen ist aber ich fürchte halt leider auch fast dass also ich weiß es nicht ne ich wollte nämlich gerade sagen ich fürchte fast dass die wohler da bleibt wo wir die ganze zeit sind nämlich im keller aber es könnte natürlich als auch sein dass die news dann halt mal so ein bisschen mehr bewegung da hat reinbringen man wird es sehen also das sieht schon fast irgendwie aus nach kleinem spike nach unten dann doch wieder rauf also im dauert zumindest ich will doch den dauern handeln dax lasse ich jetzt erstmal außen vor und aber mal gucken das heißt was ich nicht machen werde ist jetzt hier irgendwie mit einer mit einer mark quatsch mit einer market order um irgendwie eine sekunde vorher reingehen sondern ich werde mich da natürlich per stop oder limit platzieren aber so wirklich zu sehen ist hier von meiner begriffe tatsächlich irgendwie nix außer hier unten diese range die ich jetzt halt nicht die range sondern das level unten was ich im auge behalten muss hier würde ich natürlich schon gerne mal hin da darf der gerne mal runter und dann auch von mir aus wieder rauf das wäre natürlich jetzt nice also wenn wir halt so eine bewegung hätten einmal runter und dann wieder rauf aber wer weiß das schon also normalerweise bin ich da halt echt so ein bisschen wie soll ich das ausdrücken irgendwie zuversicht ist das falsche wort aber eher so hat es sind meine ideen halt schon ein bisschen klarer was das angeht aber halt bei diesem was man ja auch sie hier sieht einfach im h1 dieses rauf und runter geeiere auf der stelle gedrehte lässt hat irgendwie so gut wie keine rückschlüsse halt zu oh gott mein hals so dann gucken wir uns gleich mal die news an eine minute haben wir noch und bin mal gespannt was das wird okay so das war meine kurze verschnaufpause so was gebracht hat weiß ich halt noch nicht also buch wird jetzt wahrscheinlich gleich dünn so die überlegen wer hat wirklich sich hier ober unterhalb long zu positionieren wobei wir dann halt hier richtung wie bop reinlaufen bisschen schwierig vielleicht und unterhalb short das wäre so eigentlich der ansatz aber vielleicht mache ich das hier wirklich market sobald ich halt sehe wohin wir die erste bewegung haben und vielleicht mache ich auch gar nichts das kann natürlich auch sein das ist klar so das heißt also hier wenn man nicht allzu zu schnell rauf kommen jetzt habe ich lpo wert nicht gecheckt aber ok wenn ich allzu schnell rauf kommen würde ich da oben dagegen halten ok er geht runter auf gucken ob wir die 3 1 kriegen die werde mich dann hier unten die 3 1 das wäre halt so dieses cluster hier auf der seite nicht dieses cluster sondern der und das level die kleine range da unten ja ist halt nur dann doch wie vermute also sind zwar jetzt irgendwie 100 punkte bisschen bewegung aber auch nicht so wahnsinnig viel das haben wir irgendwie auch schon auch ein paar ecken besser gesehen short war dann auch nicht so falsch aber halt ich bin halt nicht abgeholt worden hier drunter short das war ja auch eine kurze überlegung aber den braten habe ich nicht getraut sonst hätte ich es ja auch einfach gemacht deswegen hat hier jetzt eher ein freund davon irgendwie ein paar limit versuchen reinzukommen und man sieht halt auch noch so da kommt halt auch schon direkt nichts zu daher und das wäre halt eben dann auch die gefahr wenn man hier short geht dass man dann halt eben direkt wieder abgeholt wird in die falsche richtung was man jetzt hier machen können das mache ich jetzt mal ganz spontan ich setze mich hier einfach mal minuten chart hinten dran und versuche halt hier einfach nur eine minutenkerze gucken ob ich die nach unten hier mitkriege oder nicht im zweifelsfall fliegt da raus aber halt das wäre zumindest dass wir halt mal eine bewegung haben hier nur knapp über die eröffnung drüber und das bewegens ist ein stichter halt nach unten kriegen mal gucken ob das gelingt weil das für meine begriffe unten noch nicht fertig ist und es jetzt erst mal nachdrückt es darf halt nur nicht das volumen ausgeben beziehungsweise da muss halt einfach was hinterher kommen sonst bringt es halt nichts ist natürlich jetzt auch hier so ein bisschen tricky von der marke genau an der 36.000 ist natürlich wieder so wie der totale psycho abteilung ich würde ihn aber auch so schnell wie möglich absichern damit würde ich gerade sagen nur ein kleines neues tief würde ich direkt sichern und da mal gucken ob wir hier unten reinkommen oder nicht und dann hier unten drehen so viel mehr sehe ich da jetzt momentan nicht das ist einfach nur der erste impuls mich jetzt daran gehangen liegt jetzt irgendwie 30 punkte vorne da könnte man natürlich auch sagen ja gut nehme ich mit aber ich gucke mal ob wir noch ein stück tiefer kommen wenn ich dann war es halt aber hier halt auch da oben das buch sieht man das ist zwar immer noch dünn aber hier ist die größte order da würde ich mich jetzt nicht unbedingt irgendwie noch dahinter stellen und mal ausgehen davon dass wir hier noch vielleicht nach unten kommen ja gut war halt nichts also lag 20 30 punkte vorne irgendwie zehn mitgenommen hier mehr war es halt nicht weil das ist halt einfach ist zu wenig druck dahinter und natürlich hier diese psychomarke bei der 36.000 aber wie man sieht man muss hat manchmal echt einfach schneller überlegen und wo ich gerade gemeint habe ja kann man hier ausgehen irgendwie 25 30 punkte in dem moment hätte ich schon drauf drücken müssen hätte ich genauso schnell reagieren müssen wie vorher halt auch und weil wenn die bewegung so überschaubar ist wie jetzt hier gerade macht das halt schon sinn und das heißt jetzt aber auf der anderen seite dass wir da unten jetzt aber auch glaube ich schon so ein bisschen bessere chancen haben weil man ja sieht hier oben ist ja direkt auch gegen wer da also das heißt der will überhaupt nicht darunter überhaupt keinen bock und von daher kann es sein dass wir noch einen stich jetzt nach unten kriegen und es dann halt eben dass dann eine etage tiefer noch mal zugeschlagen wird guckt man sich das aber mit dem h1 an und dann sieht man eben hier da ist halt nichts wirklich außer halt hier so ein spike gerade unter diesen letzten support und da versucht er sich irgendwie gerade durchzubohren oder abzudrücken und mehr ist ist da halt einfach nicht und heißt aber auf der anderen seite eben auch wenn das halt hier das letzte low ist dann wäre natürlich mein ansatz auch der das ist ja ohnehin das vortagestief ich markiere es aber trotzdem hier noch mal separat und wenn wir da drunter kommen und jetzt da einen tiefen stich machen und dann wenn wir uns das die das level von unten wahrscheinlich auch noch mal dann angucken dass wir halt eben auch noch mal ein grund mehr warum ich hat hier irgendwie versuchen würde halt auch noch mal long reinzukommen und dann oben in die range gut so wer hat den short mitgemacht und hat irgendwie fünf punkte mehr als ich oder 10 oder 20 was ja völlig legitim ist ich glaube ich habe nicht mal 10 oder mal gucken wie viel war das jetzt irgendwie ja 9 ok das hätte man schon ein bisschen besser machen können aber passt schon das passt schon ist schon ok bei der bewegung die wir halt hier haben ja aber klar ok ich finde es aber trotzdem jetzt was soll ich sagen ich meine 9 punkte bei den NFPs mitzunehmen ist jetzt irgendwie nicht so wofür man sich irgendwie eine Medaille verleihen darf aber trotzdem irgendwie auch nicht alles falsch gemacht oder vielleicht gar nicht falsch gemacht weil ich bin ja wirklich hier reingegangen ohne halt irgendwie großartig vorher mir irgendwas zurecht zu denken oder auf irgendwas zu beharren was der Markt irgendwie machen muss und von daher ist es dann auch wieder ganz ok wäre ich jetzt allein gewesen hätte ich wahrscheinlich irgendwie schneller aufgelöst dann irgendwie bei der ersten Zuckung wäre ich dann wahrscheinlich dann halt irgendwie schon rausgegangen und hätte dann wohl ein paar Punkte mehr mitgenommen aber wie gesagt Plus ist Plus es ist erstmal alles fein so 35 das heißt die ersten 5 Minuten sind um jetzt ist natürlich die Frage ploppt er die die ganze Strecke nochmal rauf also beziehungsweise andersrum will der Markt sich jetzt hier unten abstützen das war halt irgendwie ein Fail da unten unter das letzte Low oder gibt es jetzt nur nochmal Anlauf und wir gucken uns die Geschichte nochmal von unten an also die beiden Möglichkeiten haben wir jetzt das heißt man könnte auch hier jetzt dann irgendwie sagen gut dann gehe ich irgendwo in der Nähe vom Anfang halte ich mache nochmal eine Runde dagegen das kann man ja zumindest halt recht gut eingrenzen vom Risiko weil das war ja halt hier oben also da wäre halt eben ohnehin maximal der VWOB da oben der stimmt nicht genau der VWOB hier von der Darstellung ist aber recht nah dran wenn man den richtigen VWOB haben will dann geht das mit dem VWOB Add-On vom Orkan was ich aber jetzt hier noch nicht drauf habe weil ich bin hier in der allerletzten Release und die ist noch kein einziges Mal live getestet hier bei mir im Account das war jetzt gerade der erste Test wenn man so will aber es sieht ja erstmal alles gut aus dann bremst auch irgendwie nichts gut ich gucke mal hier gerade drüber 9 Punkte sind besser als Minus ja klar natürlich schon aber DAX 17 Punkte gefischt sehr schön Short mit Limit Casa Close auch fein ja ist doch cool ist doch schön ja der Martin Martin ist immer long das dauert auch Martin warst du jemals short jemals so egal was der Markt macht der Markt purzelt 4000 Punkte Martin ist long der Martin ist immer long aber ich meine gut wenn man halt irgendwie die Nerven hat das durchzuhalten liegt man ja auch im Schnitt ja dann auch immer richtig ja sehr selten ja das ist schon ich meine es ist ja eine Strategie die kann man ja durchaus verfolgen also gut wenn jetzt der Weekly Trend halt irgendwie short ist dann ist es halt vielleicht nicht so klug direkt am Anfang der Woche irgendwie long zu gehen und dann halt irgendwie dagegen zu hoffen gegen den Trend quasi aber halt meistens ist der Weekly halt eben nicht short muss man ja auch klar sagen oder andersrum short geht ja meistens schnell und long dauert länger und von daher allein daran gemessen hat man natürlich dann halt wenn man das dann so machen möchte dann natürlich auch schon irgendwo so nicht unbedingt einen Nachteil ich will es jetzt nicht direkt statistischen Vorteil nennen weil das wäre eine ziemlich einfache Strategie aber vom Prinzip her natürlich schon aber halt im Daytrading klar da gelten wieder andere Maßstäbe und da ist es nicht so einfach außer das sind wirklich die letzten drei Wochen das war ja wirklich total einfach so aber hier passiert irgendwie nicht mehr so wahnsinnig viel wie ich gerade sehe also wir reagieren hier an wo reagieren wir denn hier ach Gott SMA20 im M1 naja ich gehe gleich mal hier noch auf ein paar Kommentare zum Update ein jetzt noch nicht gerade hier mittendrin also ich versuche jetzt hier nochmal irgendwie voraussetzt der M15 schließt jetzt irgendwie nicht in grün hier brutal oben drüber würde ich schon nochmal versuchen da oben reinzukommen nochmal irgendeinen zweiten Schwung mitzukriegen aber so ein bisschen wohler fände ich irgendwie ziemlich gut was man jetzt halt hier wieder sieht auch im H1 ist er will nicht aus dieser Range da unten raus das ist echt ganz schön ganz schön arg so und hier laufen wir direkt ich muss den höher setzen weil hier laufen wir nochmal Richtung Value Area das heißt hier unten ist dünnes Volumen da oben war ein normales Volumen also jetzt zumindest mal auf den Tag bezogen und da laufen wir gerade wieder rein beziehungsweise hier sieht man ja auch wo wir uns gerade bewegen dass hier die Glocke so ein bisschen halt sich anfängt nach rechts auszuprägen das heißt ab hier wird eigentlich wieder überhaupt erst der Bereich ab dem Handeln interessant ist und dazwischen ist halt irgendwie nichts außer Luft ne und aber der M5 also hier halt auch das ist jetzt komplett zurück jetzt einmal ne jetzt machen wir hier das Framing an damit man es noch ein bisschen besser sieht da wäre ich auch fast ein Fan davon direkt hier drüber Short zu gehen und gar nicht irgendwie also wer hier unten long gegangen ist auch geil also das ist auf jeden Fall natürlich war deutlich die Überlegung war deutlich besser gar keine Frage gar keine Frage so das heißt wir laufen jetzt da oben halt nochmal 037 also er versucht das jetzt natürlich umzudrehen das heißt natürlich er versucht es umzudrehen so erste Anlaufstelle wäre halt dieses High was dann eben halt auch hier mit der Kurve zusammenkommt und der M15 versucht hier long zu werden keine Ahnung ob das jetzt eine gute Idee ist aber mehr sehe ich momentan jetzt erstmal nicht was ich hier sonst irgendwie machen könnte weil jetzt hier auch long gehen ist irgendwie widerstrebt mir auch so ein bisschen ehrlich gesagt so wir ziehen erstmal mit der Limit Pull Back drüber wie man sieht die Orders noch nicht gefüllt so jetzt nochmal gefüllt jetzt bin ich mal gespannt hier oben Point of Control den könnte man jetzt natürlich noch garieren wenn man das unbedingt will aber erstmal war das soweit okay auch netter Vorführeffekt hier für die Limit Pull Back und er versucht jetzt hier aus dem Framing rauszukommen also dieses rote Framing dann halt eben umzudrehen nach grün und das ist nicht so einfach soll direkt wieder absichern so machen wir es jetzt mal anders komm ich nehme die mal kurz mit so haben wir nochmal neun Punkte es sind schon mal 19 weil ich weiß ja nicht ob das hier oben gelingt oder nicht so aber auf jeden Fall war das jetzt der erste relevante Punkt auch hier in der Value Area der wird wahrscheinlich jetzt bis hierher zurücklaufen bis an das Value Area Low das halt schon ich wollte jetzt aber halt trotzdem einfach mal eine Runde schneller sein als eben weil ich hatte auch keine Lust jetzt den hier direkt im ersten Anlauf da oben skalieren zu müssen deswegen bin ich da jetzt erstmal raus aber hier wird er jetzt erstmal hinkommen ich lasse die Order nicht da drin ich markiere das nur die 066 das hat jetzt einfach erstmal nur eine ganz normale typische Bewegung ja zweimal neuner also 18 Punkte immerhin zwei Trades aber okay ich meine wenn man das natürlich es ist jetzt Pipi Position ist halt auch klar aber wenn man das mit vernünftigen Positionen macht das habe ich ja beim letzten Mal am Dienstag ja auch schon gesagt ich glaube das nächste Mal irgendwie bei dann packe ich da die 10-fache Seis drauf und dann da bin ich auch irgendwie mit 8-9 Punkten zufrieden wenn der Markt halt nicht mehr hergibt dann ist es eben so weil wenn man normal davon ausgeht irgendwie man versucht irgendwie 50 Punkte oder so halt in so einem Live Trading rauszuholen und die Wohler gibt es nicht her man kommt halt eben nur auf ein Fünftel da kann ich ja auf der anderen Seite eben auch genauso gut die Position verfünfachen das ist ja völlig legitim aber gut so ne das meine ich also es sitzt hier genau drauf wie angezeigt auf dem Value Area Low und vermutlich laufen wir jetzt zum Point of Control das wäre jetzt halt der nächste hier also das heißt also einfach klassisches Trading innerhalb der Value Area also mehr passiert da glaube ich irgendwie scheinbar gerade nicht und da könnte man jetzt auch nochmal irgendwie Short dagegen halten da oben und versucht dann halt einfach so die Etappen da halt mitzukriegen aber ich gucke jetzt erstmal wie der da reinkommt was aber glaube ich auch ganz schön war also für die die hier zum ersten Mal dabei waren vielleicht den Stereo Trader auch gar nicht haben da hat man gesehen dass die Order gar nicht sofort gefüllt worden ist das ist halt die Automation im Stereo Trader die halt eben erstmal sich anguckt oder mal abwartet bis der Markt in die richtige Richtung läuft bis es halt eben fehlt und das ist natürlich etwas das kriegt man manuell so nicht hin und das war jetzt zwar nicht also obwohl wir keine hohe Wohle haben aber das ist normalerweise so die die Lebensversicherung gegen eine zu hohe Wohle weil wenn der Markt nämlich dann 100 Punkte in eine Richtung ausschlägt und man hat eine normale Limit Order ist man einfach sofort platt und das heißt da würdest du einfach die Limit reinlaufen und dann den Stop und dann wäre der Fall erledigt und das ist nicht besonders klug bei News mit normalen Limits Orders zu halten und von daher behandeln und das ist halt eben so ein Spezialding halt auch vom Stereo Trader dass der halt eben auch fürs News Trading ausgelegt ist mit genau solchen Funktionen eben auch wenn das jetzt hier irgendwie nur relativ überschaubar war von dem was da halt bei rauskam beziehungsweise was da gut gemacht wurde aber es waren ein paar Punkte trotz allem daher völlig okay man sieht ja hier genau hier oben rein genau am Peak hier wollte ich da lag die Order kann das ja auch im Rückblick kann man sich das auch angucken wenn man möchte also hier an der Kurve lag die Order bei der 084 mal abgewöhnt mal mit den Orders hier zu messen sondern hier bei 084 und im Endeffekt wurde gefüllt da oben bei 091 090 so das heißt wenn man sich das mal dann eben ausrechnet also 089 das sind 5 Punkte besser und wenn man das mit als Beispiel 10 Euro pro Punkt macht waren das halt eben 50 Euro so deswegen verstehe ich auch die Frage nie wenn jemand fragt soll ich mir die Silver Edition holen die kostet ja 5 Euro weniger oder 10 oder die die Klassik das ist irgendwie muss man nicht irgendwie so ja wie wissen was SL nachziehen nicht vergessen ich habe ja gar keine Position drin ach so ja okay redet mit sich happy sunrise schön das freut mich für dich also Long auf jeden Fall klar wenn man das gemacht hat ist alles gut ist doch alles fein ich habe ja auch vorhin überlegt so irgendwie das sieht da oben irgendwie schon aus ist ja vorhin auch beschrieben nach einem kleinen Spike da runter und dann doch wieder rauf also ich hätte halt nur gerne gehabt dass ich hier noch so ein paar Punkte tiefer komme mir fehlten hier einfach so 30 Punkte 30, 35 Punkte und da unten lag ja der Long den hätte ich natürlich gern lieber gehabt aber okay hat er halt nicht gemacht so was ist das denn da oben das braucht doch jetzt kein Mensch die M15 Kerte sieht auch aus wie eine Silvester Rakete ja die macht auch irgendwie eine ziemlich heftige Figur hier auch mal schön fett da oben geschlossen das heißt das wäre natürlich jetzt auch der Ansatz also von daher Nelsons Hinweis da auch ganz richtig da wäre jetzt auch ohnehin der Ansatz weil ich habe ja eben gesagt die würde ich halt mal abwarten die M15 also ich sage mal so ich sage es eigentlich immer ich weiß nicht ob ich es eben auch gesagt habe aber M15 ist immer so mein erster Taktgeber mein erster größerer Taktgeber und ich glaube nicht dass diese Kerze rot da unten endet und dann halt hier unten drunter schließt das glaube ich nicht das wäre also schon extrem ungewöhnlich von daher ist jetzt hier eigentlich auch short tabu also zumindest mal halt hier in dem ganzen Bereich halte ich short für keine gute Idee mehr sondern eher dann halt nochmal gucken wenn er halt irgendwo da unten nochmal irgendwo aufsetzen sollte zum Beispiel der Versuch aus der Value Area rauszukommen also hier das war zum Beispiel ja schon der erste Ansatz genau die Stelle wo ich hin wollte aus der Value Area raus und das hätte man direkt auch schon long handeln können aber es war halt zeitlich noch so ein bisschen früh weil der M15 da auch noch nicht fertig war von daher das wird wahrscheinlich nicht mehr kommen aber so ein paar Punkte drüber könnte man das zum Beispiel nochmal ansetzen und hier muss ich mir jetzt durchaus überlegen mache ich den wirklich was ich jetzt hier habe ist ja SMA20 im H1 ich versuche jetzt und man merkt das ja ich versuche jetzt einfach hier nur Punkte zu finden die man halt irgendwie angehen kann aber so jetzt sag mal nur weil der jetzt ein SMA20 ist das reicht mir natürlich dann irgendwie nicht wenn aber so ein paar Sachen zusammenkommen dann halt schon und hat auch für mich für mich hier keine Aussagekraft auch irgendwie gerade weil das hat irgendwie nur alles seitwärts auf der Stelle rumtingelt gut ein paar Punkte waren es halt hier jetzt auch nochmal wären auch nochmal neun gewesen dann wahrscheinlich aber finde ich auf dem Level jetzt nicht mehr wert weil es jetzt eigentlich für meine Begriffe auch entschieden ist dass die nächsten 15 Minuten eben nicht mehr runtergehen sondern eher tendenziell halt rauf und deswegen setze ich da auch nicht unbedingt jetzt auf so tiefem Niveau halt an aber dann frage ich ja doch mal weil das sich ja auch einige vielleicht irgendwie wünschen oder sich damit befassen was kam denn bei den Zahlen raus Nelson kannst du uns was erzählen dazu ja sind 199.000 geschaffen worden und erwartet waren glaube ich 180 vor dem Monat waren 150 wobei das reduziert wurde habe ich jetzt noch gar nicht geguckt und der durchschnittliche Stundenlohn kam auch höher rein also beide wichtige Zahlen Arbeitslosenquote runter auf 3,7% das heißt alle Zahlen kamen besser rein als erwartet also weiter fröhlich nach oben also auch von dem Aspekt her genauso auch nichts Neues langweilig weiter rauf okay stop bye okay gut so also kommen wir jetzt hier noch irgendwo rein ich weiß es nicht also ist so ein bisschen das Maximum was jetzt irgendwie halt diese M15 irgendwie noch machen könnte wäre irgendwie auf der Stelle rum Gurken was natürlich zum Stundenschluss halt auch immer ein Thema ist es eben ganz simpel der Stundenanfang also die 063 und da wären wir halt eben auch wieder hier unten am unteren Ende der Value Area die sich jetzt ja auch gerade verschoben hat weil das Volumen sich nach unten verschoben hat und das heißt das könnte schon sein also das wäre dann halt eher nochmal so schon so ein Kandidat wo ich halt nochmal versuchen würde reinzukommen Short weiß ich nicht weiß ich nicht also irgendwie spricht da nicht so wahnsinnig viel dafür ich glaube auch fast nachher dass die Kasseeröffnung da halt mehr irgendwie reißen wird als es irgendwie hier gerade bei den bei den News halt passiert was wir ganz kurz mal gucken können ist mal irgendwie was macht eigentlich Gold da habe ich ja auch habe ich ja auch die ganze Zeit in meinem Day Trading Guide Gold hat auch einen Schluck unten genommen und ist auch ein bisschen wieder retraced ja okay ja auch hier auf meiner grünen Zone aber okay das passt hätte ich vielleicht nochmal als Entry nutzen können aber habe ich jetzt nicht rechtzeitig auf dem Schirm gehabt aber gut es ist auch nicht so wahnsinnig viel Bewegung also es ist nicht irgendwelche großen neuen Auswüchse da in irgendeine Richtung sondern eigentlich ja auch alles komplett unverändert Daily ist für mich ohnehin immer entscheidender halt was Gold angeht und nicht unbedingt so ein Markt den man halt irgendwie im Day Trading auch gut handeln kann weil Gold eben auch oft kundenlang einfach komplett still steht oder mehr oder weniger komplett und dann halt irgendwie dann völlig unerwartet zu irgendeiner unerwarteten Zeit in irgendeine unerwartete Richtung halt dann ausschlägt und das ist halt so ein bisschen anstrengend finde ich gut aber US Dollar ist auch wieder zurückgekommen also könnte weiter für Long sprechen sagt US Dollar ist auch weiter zurückgekommen vom Tageshoch also könnte weiter für Long sprechen ja habe ich jetzt hier nicht auf dem Schirm Bitcoin vermutlich nicht betroffen von der ganzen Geschichte ja okay gut alright das heißt also hier jetzt nochmal das Gesamtbild betrachten also ich habe ein paar Meter also so ein halber Meter oder so ein Fuß nach unten wie auch immer hätten mir gefehlt wäre ich gerne Long da unten reingegangen aber okay hat halt nicht ganz gemacht aber tendenziell glaube ich so ist das schon ganz okay also auch von von der Einschätzung her weil ich mit Short ja auch so meine Schwierigkeiten hatte ist nur schade dass ich hier Long nicht gut reingekommen bin und ja auch gemeint habe das sieht schon ein bisschen aus wie nochmal ein Spike nach unten dann doch wieder rauf ja und weil wir halt eben hier die Range haben jetzt haben wir hier den zweiten Ausbruch nach unten aus dieser Range raus oder den zweiten Versuch das spricht nicht unbedingt gerade dafür dass die Range nach unten auflöst weil hier sieht man es ja da einmal ganz kurz und dann halt nur drauf rumgeturnt und dann irgendwie dann versucht Fake Chuck rauf und jetzt wieder Spike und schon wieder rein das heißt die wird wahrscheinlich halten die Range so dass man halt hier dann auch nochmal auf die Oberseite dann bauen kann und ich habe halt hier das bei mir in rotes eben Daily Resistance das heißt also Widerstand aus dem Tageschart bei der 36.240 die natürlich in der Stunde nicht so wahnsinnig genau hält im Daily sieht das natürlich dann halt plausibler aus aber von daher das passt für mich so erstmal schon und ich würde wirklich davon ausgehen sofern die Stunde jetzt nicht irgendwie was ganz komisches macht dass wir halt eben auch nochmal hier oben irgendwo dahin laufen und dann nachher dann wahrscheinlich zur Kasseröffnung und dann mal gucken wie die ganze Geschichte dann eben auflöst und um mal ganz kurz hier noch die Woche auch mal aufzumachen weil wir haben eben Freitag und am Freitag löst nun mal die Woche auf daran finde ich kann man sich immer ganz gut orientieren auch wenn man halt irgendwie den Freitag einschätzen will weil Freitag ist nicht einfach immer long das Thema hatten wir schon ein paar Mal und hat da auch ein paar Mal gesagt der Freitag wird nicht long auflösen oder die Woche sondern halt eben in Trendrichtung und wenn die short ist ist die halt eben short das haben wir halt ein paar Wochen auch so gesehen dass eben dann halt ganz zum Schluss runter ging aber das hier wir haben halt hier ganz klar einen Ausbruch nach oben über die 35.700 ist das ne 670 gut da stehen wir jetzt deutlich drüber und das heißt da gibt es erstmal nicht keinen Grund anzunehmen warum das jetzt irgendwie komplett nach unten kommen sollte und selbst wenn es irgendwie runterkommen sollte im Laufe des Tages zieht es wahrscheinlich dann am Ende des Tages dann halt eben auch wieder rauf und nicht etwa umgekehrt weil hier stehen wir halt eben auch im Dow relativ nah am ATH von daher sollte man da halt irgendwie auch nicht unbedingt davon ausgehen oder ich sag mal zu viel nachdenken nach dem Motto ja kurz vor dem ATH und dann gehe ich da halt irgendwie short weil da wollen ja alle long würde ich nicht machen das haben wir die Wochen beim DAX ja auch schon gehabt da habe ich auch was dazu gesagt und es kam dann am Ende dann auch genau so dass nämlich halt eben alle Überlegungen waren halt irgendwie falsch also alle Überlegungen halt dagegen zu halten sondern einfach mitrennen ja und irgendwie bloß nicht auf die Idee kommen oberhalb vom ATH irgendwelche Widerstände einzuzeichnen weil da einfach gar keine sind und außer gedachte Widerstände und wenn der Dow das macht und da ist er jetzt auch nicht mehr wahnsinnig weit davon entfernt das sind 1000 Punkte wenn man jetzt mal bedenkt er hat fast 4000 Punkte zurückgelegt in den letzten vier Wochen dann ist das eben auch nur eine Frage von der Woche vorausgesetzt eben er behält halt dieses Tempo dann natürlich auch bei und hier kam gerade so ein Stichwort Korrelation bei YouTube von dem Market King hat jetzt damit zwar nichts zu tun aber bringt mich natürlich auf den Gedanken weil ich ja auch schon gesagt habe wir haben momentan halt ein Auseinanderlaufen der Abweichung und der Korrelation weil der DAX eigentlich zu stark gestiegen ist gegenüber dem Dow und das wird sich in irgendeiner Form ausgleichen müssen und das heißt halt eben entweder geht der Dow Long oder der DAX Short oder irgendwie beides gleichzeitig oder der DAX geht immer noch Long und nur geht der Dow halt viel stärker Long hinterher und auch das ist möglich und so ein Korrelationstrade wenn man den machen würde dann sucht man sich ja nicht eine Seite aus sondern einfach ganz so konsequent dann auch beide das heißt man geht dann halt in dem der zu stark gestiegen ist der die Korrelation dann halt eben ins Positive gedrückt hat in dem geht man Short und dem anderen dann halt eben Long also von daher nur um das auch mal irgendwie ganz kurz als Überlegung da halt mit einzubringen warum auch das halt hier irgendwie eher so ein Zeichen dafür ist warum das halt nicht nach unten auflösen sollte der DAX muss dazu eigentlich nur stehen bleiben rausgesetzt wie gesagt die Korrelation spielt eine Rolle und meistens tut sie das oder beziehungsweise meistens ist die Korrelation recht verlässlich sagen wir es mal lieber so und von daher auch hier eher dann anzunehmen dass wir halt keine Auflösung nach unten kriegen sondern eben eine Auflösung nach oben und spätestens im Laufe der nächsten Woche dann wahrscheinlich auch nochmal ein Stück weiter und ein Stück höher was der Markt mal machen kann so generell das ist natürlich ich habe mit heute jetzt nichts mehr zu tun aber mal so auch so irgendwie für die nächsten Tage darf natürlich hier mal unbedingt ja dass ich würde es auch gerne mal sehen hier mal aufsetzen auf der 670 also auf diesen letzten Highs die ja auch schon echt ein bisschen älter sind die sind vom Sommer vom Juli und da darf der schon mal irgendwie drauf aufsetzen und dann halt von dort nochmal versuchen dann halt irgendwie weiterzulaufen das wäre schon mal so irgendwie gar nicht so falsch aber irgendwie auf Korrekturen hat er momentan irgendwie so gar keine Lust der Markt und von daher erwarte ich ja mal lieber gar nichts das ist dann eher so gerade so ein bisschen Wunschdenken wo man dann halt irgendwie sagt na gut wenn es kommt nehme ich das halt so habe ich das mit Gold übrigens auch gemacht habe einfach mal irgendwie zwei Wochen oder so abgewartet Order hingelegt und dann halt ansonsten nichts gemacht und siehe da hat funktioniert und manchmal wird dann sowas halt eben auch so eine Geduld dann auch belohnt so passiert hier noch irgendwas nee wir sind in der Nähe von der Stunden Eröffnung wie ich ja auch gerade schon vermutet habe so das wäre dann halt eben zum Ende der Stunde nochmal relevant da waren wir auch gerade irgendwie habe ich mich jetzt hier irgendwie gerade so ein bisschen verquatscht aber gut ist ja nicht schlimm 069 habe ich vorhin gesagt also beziehungsweise Stunden Eröffnung und da waren wir irgendwie ja gut zwei Punkte drüber okay gut das heißt aber auch dann hier kommt jetzt nichts mehr was man noch irgendwie handeln kann halt in dieser halben Stunde halte ich jetzt irgendwie gerade so ziemlich für ausgeschlossen außer er spiked jetzt darunter okay dann wäre ich halt mal kurz dabei das würde ich halt noch machen aber dass das jetzt in dieser einen Minute noch passiert das glaube ich nicht und da ist natürlich dann auch die Frage macht man das jetzt noch also wenn man irgendwie noch ein bisschen mehr Zeit hat ja meine Zeit hier im Livestream ist aber halt begrenzt von daher den werde ich wahrscheinlich noch nicht mal mehr irgendwie auflösen können von daher würde ich da jetzt eigentlich eher sagen ja dann lieber nicht guckt euch das an ob der Markt das macht keine Handelsempfehlung ist klar aber das wäre jetzt halt natürlich durchaus plausibel ja weil ihr seht auch hier einfach nur am Point of Control ein bisschen rumgeturnt hier kurz zum Kassasschluss von gestern gebremst das heißt das wäre auch noch ein Punkt der auf ist und in die Value Area reingelaufen an den Point of Control und von daher ist es völlig legitim dass das jetzt noch mal an der Value Area orientiert und jetzt hier auch mal kurz den Stundenschluss den ich vorhin genannt habe mal kurz unterbietet also irgendwie läuft der ganz schön auf Bestellung hier gerade also zumindest mal seit 25 Minuten recht gut hier hätte man klar hätte man noch Short gehen können das wollte ich aber nicht weil ich sagte ja die 15 Minuten Kerze die kommt nicht mehr ganz runter die kann halt höchstens noch irgendwie so in dem Bereich rumtouren und dann halt irgendwie in der Nähe von der Öffnung dann halt irgendwie ließen und genau das macht er eben auch gerade von daher würde ich mal sagen das passt aber muss man jetzt nicht mehr unbedingt da auch noch handeln so die Stunde genau auf Eröffnung irgendwie geschlossen okay ja lassen wir lassen wir mal so stehen lasse ich mal unkommentiert wenn vielleicht macht die Kassa Eröffnung ja immer noch hier unten das Low was mir noch fehlt da hätte ich auch nichts dagegen das wäre dann aber auch mal ganz klar mein Long Entry und weil so ein bisschen Anlauf auf der Unterseite ist natürlich nicht so wahnsinnig falsch und wenn er es irgendwie übertreiben sollte habe ich ja gerade im Weekly gezeigt aber da glaube ich jetzt irgendwie nicht so wirklich dran dafür findet er der Markt die Range hier oben viel zu gut alright so viel mehr kann ich da jetzt auch gar nicht mehr sagen DAX brauchen wir glaube ich irgendwie gerade nicht so wirklich großartig zu besprechen oder muss ich da noch irgendwie soll ich da noch was dazu sagen weil der ist halt einfach Long solange er eben Long ist so merkwürdig es klingt aber es ist momentan irgendwie kein einziges Zeichen für irgendeine Umkehr da der macht hat hier irgendwie neue ATHs hat da irgendwie Spaß dran und solange er das eben so tut macht das keinen Sinn das heißt also hier kann ich auch keine Ziele setzen im DAX nach dem Motto er läuft jetzt bis zur 17.000 er läuft jetzt bis zur 16.900 das weiß ich nicht das ist halt einfach das finde ich halt irgendwie kann ich leider nur so sagen falsch sich oberhalb vom ATH irgendwas zu suchen und dann zu sagen das ist es jetzt und da ist der fertig und da gehe ich short das wird dem Markt so ziemlich egal sein und weil alles was darüber jetzt ist ist einfach nur gedacht gut ich gucke mal hier die Kommentare durch ich glaube dass Währung nicht so bedeutend ist ja ja also ich habe jetzt hier natürlich auch keine Währung am Start von daher ist es natürlich ein bisschen schwierig auch was dazu zu sagen ich schnappe mir hier mal ganz kurz noch die Kommentare zu der Software also nur ganz kurz im zweites Falle einfach Metatrader und Stereotrader zumachen dann installieren und da sollten auch keine Fehlermeldungen kommen ich habe es ja vorhin hier auch dreimal installiert und es hat ja funktioniert einmal hatte ich auch die Meldung habe ich einfach alles zugemacht installiert und dann war es fein okay gut habe ich noch irgendwas übersehen vergessen ich glaube nicht oder ja sieht gut aus eigentlich beantwortet einer hatte noch gefragt beim DAX ob du noch Long Entry hast ja das eigentlich auch da gibt es halt nur diese Wunsch Entries also Aufsätze auf dem alten ATH das ist so das das ist so das das Einfachste halt das ist eben das Ding habe ich aber auch kann ja nochmal ganz kurz hier rüber also hier wenn man vom Daily ausgeht da warte ich ja die ganze Zeit auch schon auf den Rücksetzer ich wollte eigentlich mal hier auf die 16302 aber der hustet mir halt einfach was dann wollte ich halt irgendwie gestern habe ich gesagt ja hier so kann ja nochmal rauf da mal irgendwie runter auf das alte ATH also hier oben dran scheitern ich habe vorhin auch gezeigt da ist er auch dann quasi gescheitert nein ist er nicht ist im ersten Anlauf nicht durchgekommen und aber dann auch nur irgendwie 30 Punkte runter statt mal da unten hin war dann auch wieder nichts das heißt also finde ich wahnsinnig anstrengend also beziehungsweise ich finde hier keinen echten Long Entry ich finde ihn einfach nicht weil die alle Korrekturen fehlen die werden alle noch kommen da würde ich jetzt fast sagen versprochen die kommen noch und zwar heftig aber die wahrscheinlich nicht heute und womöglich auch nicht nächste Woche und man weiß es nicht weil halt eben alles liegen gelassen wurde das wird so nicht bleiben also das ist so schön wie das gerade aussieht am Stück weiterlaufen die Chance eher gering dass das so ist von daher aber hier Long Entry no way no way also was man halt machen kann ist halt aber auch ein anderes Stichwort hier Cluster Trading man kann ja halt einfach wirklich entweder Cluster Trading verwenden das eigentlich funktionieren sollte das ist mir jetzt irgendwie nichts bekannt dass es nicht geht im Stereo Trader oder man verteilt sich halt eben mit diversen Long Ordern ja also das heißt man geht halt hier erstmal Long also nochmal ich empfehle nicht Long zu gehen ich sage nur wenn man Long gehen möchte wie man es auch machen könnte nämlich dass man halt hier eine Order aufmacht da unten nochmal eine oder nochmal eine und bastelt sich da halt sein Entry da oben irgendwo zusammen ja trotzdem muss man da aber auch irgendwo eine Reißleine dann auch ziehen ist halt auch klar von daher ist das halt echt so ein bisschen ein bisschen schwierig also wer irgendwie dran glaubt dass das Ding bis 17.000 läuft der soll halt Long gehen also aber dann kein Stop von 7 Punkten oder irgendwas setzen das ist halt auch Quatsch und ansonsten wäre ich hier eher ein Freund davon zu sagen ja warten wir halt mal ja für Short muss halt mal irgendwas irgendeinen Sackkreis umfallen das ist richtig aber ein ziemlich heftiger und kommt auch wieder aber okay gut so also war ja richtig was los heute auch wieder freue ich mich natürlich total ich hoffe euch hat es gefallen und ihr konntet was damit anfangen und wie immer sage ich natürlich ich habe ja eine Kurvehänge ich frage mal irgendwie einen anderen Stuhl oder mal so ein Stinktisch gut was wollte ich jetzt sagen ich verliere heute dauernd irgendwie den Faden also ich hoffe es hat euch gefallen ihr konntet was damit anfangen da habe ich irgendwie da war es dann halt irgendwie weg und falls ja und dann sehr gerne liked das Video abonniert den Kanal oder tragt euch bei FX Flat für die für den Newsletter ein was die Webinare angeht geht natürlich auch holt euch den Stereotrader klar und wer irgendwie einen anständigen Broker mit einem anständigen Konto braucht der kann hat sie ja gerne auch den Link verwenden der immer unter diesen Videos mit dabei ist weil dann habe ich natürlich auch so ein bisschen Kickback und da freue ich mich natürlich drüber gut aber jetzt hat sehr gerne der Nelson wenn er denn möchte das letzte Wort und der darf sich dann auch in meinem Namen mit verabschieden und euch auch in meinem Namen ein schönes Wochenende wünschen und ich sage ansonsten nämlich sehen wir uns entweder Sonntagnacht wahrscheinlich aber eher nicht sondern eher dann wahrscheinlich wieder am Montag also Nelson ist deine Bühne ja vielen Dank also wenn du noch eine Idee brauchst für ein Weihnachtsgeschenk für mich ich hätte auch gern sonst städtisch also kannst du ruhig gerne mal dich mal umschauen und ansonsten ja vielen Dank für die NFP Webinare diesem Jahr Dirk die Termine für nächstes Jahr kommen dann auch sehr bald dann online könnt ihr euch entsprechend registrieren würde mich freuen ansonsten haben wir noch die Freude mit Dirk am Dienstag morgens Live Trading nochmal zum Abschluss über nächste Woche ne nächste Woche nächste Woche Dienstag und dann ist Schluss für dieses Jahr guck nicht so nächste Woche gut dass du gesagt hast ich wäre nicht da gewesen jetzt bist du da super danke aber da muss ich ja nochmal einen Live Stream nochmal einlegen weil ich kann ja nicht von Donnerstag von Freitagnachmittag bis Dienstagmorgen nicht mehr live gehen das geht natürlich dann sag mir mal Bescheid wann du planst und dann versuche ich dann entsprechend mal vorbeizukommen und unser Versprechen einzuhalten ihr habt es gehört ihr habt es gehört ich bin ich bin sehr gespannt ja ansonsten wir schulden ja eh noch ein Live Trading wir zwei deswegen deswegen sage ich das das wurde hier auch angesprochen und das soll ja entsprechend nicht vergessen werden ansonsten vielen Dank an alle die immer hier dabei waren in diesem Jahr hat Spaß gemacht also wenn ich mich nicht täusche war das heute wieder ein Rekord was die Teilnehmerzahl betrifft ihr GoToWebinar und YouTube zusammen also das war wirklich toll vielen Dank dafür ich glaube so macht das ja auch für Dirk auch mehr Spaß und natürlich für mich auch von daher ja ich freue mich dann aufs nächste Jahr aber wie gesagt wir sehen uns dann am Dienstag nochmal und dann eventuell noch ein Special von Dirk wo ich vielleicht mal im Hintergrund den anderen Nelson da ersetze da ganz hinten und da steht der da hinten wie lange wie viele Jahre haben wir den schon aber der zieht immer mit um was heißt immer also ich will jetzt eigentlich nochmal umziehen aber ein treuer Kompagnon und ja also genug geredet viel Erfolg gleich noch USA macht gleich auf viel Pass auf Vorderposition und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao schönes Mal